So, willkommen hier zurück zu Cities Skylines. Was mir auffällt, hier dieses Gebäude, die Kapelle, die, naja, hier die Maastricht City Hall, die ist, wenn man zu weit rauszoomt, wird die pink, magenta, wie auch immer. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil es ein Custom Building Gebäude ist, ist ein bisschen blöd, soll uns aber nicht weiter stören. Vielleicht haue ich das Ding irgendwo mal weg, vielleicht auch nicht, vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal. Ähm, genau, wir haben hier diesen Fortschritt, der im Moment noch nicht so wahnsinnig hoch ist. Das ist aber nicht weiter schlimm, denke ich mal, weil, naja, wir haben ja noch Zeit, ne? Wir haben ja noch genug Zeit, hier was zu machen. Und ich habe auch in die Kommentare reingeschaut, ihr seid euch recht sicher, recht einig sogar mit ziemlich vielen Meinungen, dass ich alles, was ich hier mache, auch gerne zeigen soll. Von daher mache ich gerne, natürlich, und deswegen sind wir mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. So, ne? Habe ich halt ein bisschen nachgelesen. Und euch gefällt es anscheinend echt ganz gut, was ich auch sehr schön finde, weil mir gefällt es auch. Das heißt, es wird viele spannende, schöne, vielleicht auch sogar interessante Folgen geben. Ähm, der Teil hier ist einigermaßen, ich will nicht sagen, dicht besiedelt, aber er ist zumindest... Na, wir brauchen halt mehr Platz, ne, für Einwohner. Und ich denke mal, dass wir das hier nach oben ein bisschen erweitern. Zwar hier diesen Bereich vielleicht als Industrie behalten. Die Polizei bietet kleine Lagerräume mit sicheren Blablabla, sehr gut. Das war das hier ein bisschen erweitern. Das heißt, ich kann auch direkt die Straße hier dann da weiter hochknüppeln. So, wieder ein bisschen rumbiegen hier, ich finde das immer ganz hübsch. Die muss man auch nicht unbedingt da anschließen. Es ist jetzt nicht so, dass man da unbedingt immer alle Straßen verbunden haben muss. Ähm, kann manchmal ganz praktisch sein. Damit einfach der Verkehr ein bisschen entlastet wird. Aber ich meine, die fahren auch halt bis zum Ende durch. Von daher, das ist eigentlich ziemlich egal. Die wenden dann einfach, wenn am Ende halt nichts mehr ist und dann ist auch gut. So, hatte ich jetzt hier schon ein weiteres Feld geholt? Ne, ne? Hm, wahrscheinlich wäre das hier dann auch am sinnvollsten jetzt fast. Wo ich das gerade so sehe. Wir holen jetzt einfach mal dazu. Das kostet 3.500, äh, 3.600. Offiziell, habe ich in den Kommentaren zumindest gelesen, heißt das Simulions. Statt Simulions, einfach mal Simulions. Ich nenne es einfach mal Geld. So, ähm, hier gibt es, was gibt es denn hier? Hier gibt es Agrarwirtschaft. Da haben wir da hier unten wahrscheinlich ganz viel. Da haben wir ja schön dieses kleine Eckchen besiedelt. Können wir hier dann fortsetzen. Ist tatsächlich eine Form der Industrie, wo die Einwohner sehr mit zufrieden sind. Nicht wo, sondern mit der die Einwohner sehr zufrieden sind. Auch Waldrohstoffe finden die super. Erz und Öl finden die eher weniger geil. Deswegen, das sind eigentlich beides ziemlich gute Sachen und die bringen trotzdem Kohle. Ich glaube, die anderen beiden bringen halt noch ein bisschen mehr Geld. Aber, so ist das Leben, ne? Man kann nicht immer nur ums Geld spielen. Bisher hatte ich bei meinem anderen Speicherstand auch noch keine wirklichen Geldprobleme. Hatte ich dann irgendwann 2000, ich meine 2 Millionen, äh, Gold. Nennen wir es mal Gold. So. Und, äh, hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme mit. Aber ich denke mal, das wird auch nicht immer so bleiben. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur die Stadt zu schlecht versorgt. Mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Gesundheit und solchen Sachen. Wobei, das ging eigentlich auch. Es gab stellenweise Gesundheitsmängel. Es gab stellenweise Zeiten, wo die Gesundheit doch arg schwach gewesen ist. Und im nächsten Augenblick, oder halt, dann, 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 dann hatte ich alles vollgeknallt mit irgendwelchen, ähm, Krankenhäusern und, und Ärzten. Und, irgendwann waren halt alle wieder geheilt und dann war plötzlich viel zu viel Ärzteüberschuss da. Das war dann irgendwie so ein bisschen ungünstig. Deswegen, äh, gucken, dass das alles konstant bleibt. Sonst hat man da immer das Problem, dass man zu viel von einer Sache braucht. Und, ähm, wie mache ich das hier am besten? Und dass man dann, ach, guck mal, dass man alles baut und dann hat man die ganze Zeit laufende Kosten und am Ende nutzt das niemand mehr. Ah, ich kann noch ein Gebiet freischalten, sehr gut. Äh, wir bekommen Transport, einzigartige Gebäude Stufe 3, ein Bus und Industrie-Spezialisierungen. Können wir jetzt Erzabbauern wahrscheinlich. Recycling, sehr gut. Freizeitnutzing, ähm, ey, Extreme Freizeitnutzing, yeah. Und Kreuzungen hier, sehr gut. Und Autobahn, hooray. Auch sehr gut fortschrittliche Windturbine ist tatsächlich wichtig. Busdepot und Friedhof bei einer boomenden Kleinstadt. Gut, bei 2800 Leuten ist es keine Kleinstadt, finde ich. Das ist ein besseres Dorf vielleicht. Aber, wenn sie das meinen. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwann einen Kreisel hinknallen müssen, sollten. Das ist jetzt schon einigermaßen voll. Können wir uns mal offen halten hier, ne, so als Option. Der, die Mülldeponie ist, ja, vom Abstand her, das kriegen wir da schon hin. Deswegen, ich würde mal sagen, hier mache ich dann wieder sowas hin, dass wir hier das nächste Feld haben. Hups, das hätte ich gerne ein bisschen gerader. Ja, wunderbar. Und auch hier nochmal gerade durchziehen, relativ gerade. Bis hier hin. Dass wir da nicht noch mehr Kreuzungen machen, sondern die vorhandenen Kreuzungen ein bisschen erweitern und dann ist gut. So. Da mache ich jetzt mal nichts hin. Ich lasse es hier noch einmal einen rüber gehen. Das ist jetzt alles sehr dicht besiedelt hier. So, jetzt haben wir hier die ganzen kleinen Kreuzungen. Hier können sie relativ weit frei durchfahren. Das ist nämlich ganz angenehm. Hier könnte man die große Straße vielleicht auch noch nach da unten weiterlegen. Aber ich mache das erstmal so. So, dann knüppel ich da mal die Gebiete rein. Das ist ganz sinnvoll. Ein bisschen, ja, wir können ja schon mal ein bisschen vorplanen hier. Da kann man auch noch so ein Feld rein machen. Das wird die später nochmal freuen. Gerade wenn hier in der Gegend von den normalen Wohnhäusern auch ein bisschen Shopping-Gelegenheit ist. Das finden die immer ganz cool. Zumindest habe ich so den Eindruck gehabt. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne. Auch Bürogebiete kann man in Wohngebiete eigentlich ganz gut integrieren. Weil die keine Verschmutzung haben, weil die keine Lärmbelastung haben. Deswegen haben die Einwohner da meistens nichts gegen, sondern freuen sich sogar, dass die Arbeitswege relativ kurz sind. Und sowas wie Industrie, alles was irgendwie Schmutz macht, das soll natürlich ein bisschen weiter weg sein. Und nicht unbedingt an der Türschwelle der Einwohner. Hier brauchen sie unbedingt Parks. Großer Spielplatz. Ja, hier kommen. Mach es mal dahin. Ist relativ zentral. Und die Leute freut es auch. Freut euch. Hallo, freuen. Ach, stimmt, Wasser. Sollte man immer recht darauf achten, dass man das früh genug macht und nicht vergisst. Weil sonst wundert man sich irgendwann, hä, wir haben doch genug Wasser, die Statistik passt doch. Und dann fällt einem irgendwie später mal auf, dass eigentlich das Gebäude ist weg. Dass man eigentlich keine Leitung mehr hingelegt hat. Das ist mir etwas ungünstig. Und es sieht nach viel Verkehr aus. Allerdings stehen die ganzen Autos hier. Also die parken alle an der Straße hier. Ich meine, die haben zwar eine Auffahrt hier, aber nö, warum sollte man darauf parken? Deswegen, bei kleineren Straßen sieht das dann ziemlich bewohnt, ziemlich besiedelt aus. Man kann aber sich eventuell täuschen. Mensch, da ist viel stehender Verkehr. Auch das hier, das ist kein stehender Verkehr. Die fahren da einfach dran vorbei. Das sind hier zwei verschiedene Spuren, die die nutzen. Deswegen ist die äußere Spur extra breit, dass da viel geparkt werden kann. Also sollte man sich nicht gleich erschrecken, falls es da mal zu knapsig wird. Das neue Stromgeneratorgezeug hier muss auf dem Wasser platziert werden. Was in dem Fall gerade blöd ist, weil wir auf dem Wasser gerade mal keinen Wind haben. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Müssen wir hier unten hingehen? Müssen wir wirklich hier unten hin? Das ist aber ein ganzes Stück weit. So, eins, zwei. Machen wir mal direkt drei Stück hin. Können wir eventuell noch welche von den anderen Turbinen ausschalten? Und ich finde die Musik manchmal echt anstrengend. So wie jetzt gerade. Weil das ist irgendwie, als ob da zwei Orchester durcheinander spielen. Hm, deswegen mache ich das Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen leiser. Aber ich höre das gerade ziemlich laut auf mein Ohrhörchen hier. Auf meinem Kopfhörer. Verfügbarkeit, sehr gut. Alles wunderbar. Strom. Ja, wir können hier ein paar von den Turbinen theoretisch weghauen. Zumindest das eine, was hier so einsam in der Gegend steht. Wenn man irgendwelche selbst geplanten, selbst hingestellten Gebäude abreißt, ist immer noch eine Nachfrage, ob man die wirklich abreißen will. Wenn man irgendwelche automatisch gebauten Sachen abreißt, dann passiert da nichts. Dann wird nicht nachgefragt. Weil das sind keine Sachen, für die man selbst Geld ausgegeben hat. So, das war ganz gut hier mit der Kriminalität, dass das die Polizeirechtszentrale verteilt ist. Auch die Feuersicherheit. Naja, hier oben gerade im Industriegebiet wäre es vielleicht ganz sinnvoll, da noch was zu haben. Ich habe allerdings keine Kohle gerade mal. Ich kann ein bisschen vorspulen. Ich mache mal auf mittlere Geschwindigkeit. Bildung müssen wir auch hier noch schauen, dass wir hier unten dann, wenn wir das hier erweitern wollen mit Wohngebieten, dass wir da entsprechend auch mehr rankriegen. Kapazität reicht noch vollkommen aus. Allerdings sollten wir da schon ein bisschen aufpassen. Ich kann ein Busdepot bauen, wenn ich denn Geld hätte. Wie viel brauchen wir denn da? 30.000. Okay. Meine Güte. Wir könnten jetzt sagen, hier komm, Recycling könnten wir machen. Wir haben im Moment noch nicht so das Problem mit Müll. Hier sind nur ein paar verlassene Häuser. Ich weiß nicht, warum die verlassen sind. Lass es mich hier rausfinden. Verlassen. Busy Corner Shop. Wahrscheinlich, weil wir überhaupt keine Nachfrage nach Gewerbe haben. Das ändert sich dadurch, dass wir wieder mehr Einwohner kriegen und auch mehr Industrie. Wir können das hier jetzt mal erweitern. Das finde ich ganz gut. Warte mal, ich will mal einen Blick hier reinwerfen. Das ist Wind. Das ist... Okay, Verkehr ist hier vorne schon mal ganz schlecht. Das heißt, wir müssen das Gebiet hier vielleicht auch noch mal mittels... Ja, hier vorne vielleicht noch mal einen Direktweg abzwacken. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Genau, die wollen nämlich... Ui. Auch... Also Industriegebiete sind immer ganz schlimm in Sachen Straßenanbildung. Deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoll, hier direkt eine Leitung hier rüber an die Autobahn zu legen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? So, Lärmelastung. Okay, die ist einigermaßen hoch hier von der Landwirtschaft. Wahrscheinlich werden die ganzen Schweine immer herumpiepen. Achso, hier muss man auch ein bisschen aufpassen, sehe ich gerade. Das ist Gewerbegebiet. Da ist Lärmelastung auch vorhanden. Die ist nicht sonderlich hoch, aber immerhin vorhanden. Das heißt... Hm. Eigentlich ist dieser Wechsel gar nicht mal so geil. Von wegen Wohngebiet, Gewerbegebiet. Wahrscheinlich wäre dazwischen immer so ein Grünstreifen nett. Mal so gesehen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, was war die nochmal? Verschmutzung? Haben wir hier genau gar nicht. Das ist schon mal gut. Beziehungsweise... Ne, haben wir echt nicht. Dabei können auch Bauernhöfe durchaus ein bisschen miefen. So, ähm... Ich packe das auch alles mal recht dicht hier wieder. Machen wir es so. Ich sag mal, für so kleine Sachen, für einzelne Gebiete, mache ich das ganz gerne mit solchen Mustern hier. Ansonsten gerne alles so ein bisschen schiefer und durcheinanderer. Aber dass es hier halt schön anschließt, wie gesagt, sowas hier zwischendurch, das geht auch ziemlich gut. Das sollte eigentlich immer kein Problem sein. So, Schwippschen. Alles überall noch mit Bewässern. Auch im Bauernhof will Wasser haben. Warum auch immer. Wahrscheinlich damit das Plumpsklo zwischendurch mal ausgespült werden kann. Und... Ich kann ja mal gucken. Hier, das klumpt sich wirklich sehr. Und das sind stellenweise halt wirklich landwirtschaftliche Geräte, die hier stehen. Da könnte man theoretisch sogar schauen, wo die eigentlich hinwollen. Einfach mal verfolgen hier. Wobei, die großen Laster würden wir wahrscheinlich nach hier oben hinwollen. Doch, das sieht man hier. Allerdings, die anderen Sachen kommen von hier unten hin. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen gucken. Das hier ist als Zulieferung und Ablieferung für dieses Wirtschaftsgebiet eigentlich ziemlich schlecht. Okay, der will nach oben. Vielleicht eine Autobahn. Ich habe ja jetzt die Autobahn bekommen. Ich würde... Die könnte man hier durchknüppeln. Wobei ich hier in der Stadt wirklich gerne die Lärmschutzwände haben wollte. Von daher, das können wir dann später nochmal machen. Müssen wir dann nochmal ein bisschen gucken, wie das besser geht. Oder ich mache das... Ich mache das mal so ein bisschen... Ein bisschen anders. Und zwar... Einbahnstraße. Es wird jetzt nicht schön, wollte ich mal anmerken. Es wird jetzt eher so... Das Schweizer Taschenmesser der Straßenbildung. Nee, da komme ich nicht hin. Und zwar eine Umgehungsstraße einfach mal. Jetzt komme ich da hin. Nein, ich könnte jetzt hier noch eine Kreuzung reinknallen. Hm, will ich das? Da komme ich nicht ran, ne? Das ist schlecht. Weil auch die Leute hier, die mögen Umgehungsstraßen. Das ist nämlich immer ganz cool. Machen wir es so. Und dann... Meine Güte, haben wir halt zwei Kreuzungen. Oder ich mache das hier anders. Machen wir es mal so. Da einmal ran. Und da direkt ran. Yay! Das sieht nicht schön aus, aber es funktioniert. Das heißt, wenn die Leute hier hinten hin wollen, dann fahren sie halt direkt hier oben hoch. Dann haben wir hier vorne das etwas entlastet. Sieht furchtbar aus, aber solange wir noch nicht da die Autobahn haben, denke ich mal, sollte das gehen. Die können halt noch nicht abfahren, weil die noch nicht neu ihr Gebiet ge... Also ihre Strecken noch nicht neu gemacht haben. Aber man sieht, es funktioniert. Die kommen direkt hier hoch. Wir haben hier vorne eine Entlastung. Und das geht. Und es ist tierisch laut. Die ganzen Schweine. Über diese lauten Schweine. Ja, aber eine direkte Straße nach hinten wäre echt sinnvoll. Dass wir die Straße dann hier oben lang führen, oben lang, und dann machen wir immer so Autobahnabfahrten nach unten, dass hier die ganzen Querstraßen dann nicht unterbrochen werden. Das wäre ganz cool. Ich könnte mir ein Darlehen aufnehmen. Ich habe eine positive, eine ziemlich positive Bilanz. Können wir mal machen hier. Das habe ich sogar... Das habe ich jetzt... Ich kann noch ein paar Sekündchen warten, dann habe ich genug Geld für ein Busdepot. Müllverbrennung haben wir gar nicht, weil wir das noch nicht machen können. Wasserverfügbarkeit ist okay. Ich knüppel da jetzt schon mal was hin. Ähm, damit wir da gleich keine Probleme kriegen. Das hat sich sogar... Ist das direkt schon angeschlossen? Ich bin erstaunt. Das passt sogar auch vom Strom her direkt. Knaller. Ähm, Freshwater. Wäre eine schöne Sache. Ähm, was ich empfehlen kann und sollte, ist, dass man guckt, wo halt hier das Schmutzwasser eigentlich langfließt, wo vor allem die Strömung vom Fluss ist. Und vor allem auch schauen, dass die Strömung verändert wird, sobald man einen Staudamm baut. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Staudamm bauen würde, dann müsste ich aufpassen, dass ich zum Beispiel... Hier habe ich das Problem, hier läuft das ganze Schmutzwasser rein. Das heißt, ich kann hier vorne theoretisch Trinkwasserpumpen reinstellen, dass wir hier sauberes Wasser kriegen. Sobald ich aber dann hier vorne einen Staudamm hinbaue, schwappt die ganze Pampe hier auch mit in diese Richtung hier. Also das wird dann... Äh, wird dann irgendwann blöd, dass man das eigene Schmutzwasser dann wieder zu sich nimmt. Und das ist etwas weniger schön, nennen wir es mal so. Deswegen ein bisschen aufpassen an der Stelle. Habe ich schon am eigenen Leib erfahren müssen. Also im Spiel, nicht in echt. Das wäre noch schöner. So, schwapps. Das sollte genug, ähm, Action geben hier. Im Normalbetrieb, sehr gut. Das wird alles versorgt. Wir haben mehr als genug. Ich kann dann das Wassertürmchen hier mal wegknallen. Wo ist denn das? Wassertürm. Wassertürm, wo bist du? Da sind zwei Stück. Ich glaube, das war... 60.000 Kubikmeter Durchfluss pro Woche. Das sind so 120.000. Also, wenn ich jetzt beide weghau, dann muss ich zumindest da hinten noch mal was Neues bauen. Noch einen zweiten. Machen wir das so. Ich glaube, der Strom ist gar nicht mehr angeschlossen, oder? Strom? Doch, der ist noch angeschlossen. So, noch eine zweite dazu. Und dann geht das. Die können ruhig direkt nebeneinander stehen. Das passt. Hauptsache, es ist alles angeschlossen. Und wir haben schon wieder so viel Nachfrage nach Wohngebiet. Es ist am Anfang zumindest immer ziemlich fix, dass es geht. Wir müssen mal gucken. Äh, okay. Ah, hier ist... Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss das Gebiet erweitern. Verdammt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja. Die müssten sich theoretisch jetzt durchtauschen. Genau. Die müssen sich nämlich an die neuen Regeln halten hier, die Leute. Sehr gut. Da war jetzt... Das habe ich echt ein bisschen vergeigt, dass ich das Wohngebiet erweitert... äh, das, äh, den Stadtteil erweitert habe. Okay, die Straße ist vielleicht ein bisschen sehr steil. An der Stelle. Ah, es ist egal. Es sind ja alles Geländewagen. Ja, sehr schön. Ja, es passt aber schon. Ja, wunderbar. Schöne Umgehungsstraße hier. Man kann halt wirklich weit rein so... Und der Detailgrad ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Hier sieht man die ganzen Autos natürlich ein bisschen genauer. Die ganzen Leute rennen zwar ziemlich fix, aber es ist egal. Auch hier auf den ganzen Häusern. Da kann man dann später noch, wenn dann die Hochhäuser entstehen, kann man wirklich überall auf dem Dach sehen. Hier die Ventilatoren, die rotieren da. Solche Sachen. Oder obendrauf auf irgendwelchen Wohngebäuden sind dann irgendwelche Parks drauf und sowas. Das ist schon echt schick gemacht. Okay, da dreht sich gerade mal nichts. Vielleicht wohnt da niemand. Aber an sich, da wo man halt so dicht drankommt, da sieht man schon echt Details. Das ist ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Also man kann auch einfach mal, wenn man eine schöne Stadt gemacht hat, kann man sich einfach umschauen. Es gibt auch einen Modus, mit dem man schön hier alles sich angucken kann, ohne Menüs und solche Sachen. Oder hier, dass da einfach mal ein Liegestuhl draufsteht und da einen Blumenkorb vor. Ist schon ziemlich schick, finde ich. Das erweitern der Stadt. Wir haben neue Gebäude, ja. Achso, ich kann, genau, jetzt kann ich ein Busdepot bauen. Man sieht es hier, wir haben noch überhaupt keine Linien. Wo mache ich das hin? Es ist, glaube ich, relativ nicht ganz so wichtig. Ich mache es mal nach hier außen. Also das Busdepot ist halt wirklich der Ort, wo einfach die Busse abgelagert werden. Das ist egal, wo die verbunden sind und wo nicht. Dann schwuppse ich den mal hier hoch. Hup, hup, Busse sind unterwegs. Ich würde gerne den Bus zur Arbeit nehmen. Und zwar, können wir jetzt eine Buslinie hier machen. Und zwar, indem wir die Buslinie auswählen. Es kann so einfach sein, ne? Und wir müssen ein bisschen aufpassen, welche Straßenseite wir auswählen. Das heißt, wir können die Linien... Es sind immer Einbahnlinien, wenn man das so will. Das heißt, die werden nicht automatisch in beide Richtungen geführt. Wenn man in beide Richtungen was hat, muss man auch in beide Richtungen was bauen. Von daher, wir können mal sagen, wir machen hier um diesen Kern einfach mal eine Buslinie rum, der vielleicht hier durchs Wohngebiet sogar durchtingelt. Das wäre mal ganz nett. Oder wir machen zwei Stück, die sich halbwegs überschneiden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wollen wir mal sagen, hier, komm. Äh, Buslinie, da ist eine Haltestelle. Das wird dann verbunden mit... Was weiß ich. Hier. Dann fährst du mal da lang. Also wie gesagt, ist wichtig, welche Straßenseite man dann nimmt. Wenn ich die rechte Straßenseite nehme, dann verbindet der sich da direkt. Wenn ich die linke nehme, muss der halt logischerweise einen Umweg fahren. Deswegen ein bisschen aufpassen an der Stelle. Würde ich mal sagen, hier durch. Hier durch. Hier durch. Man sieht auch immer ungefähr, in welchem Gebiet das Ganze greift. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, dass man die nicht zu weit auseinanderstellt. Machen wir es mal relativ klein sogar. Da auch noch eine hin. Und dann abschließen. Das ist eine Buslinie. Ich weiß nicht, ob man denen irgendwie Namen geben kann. Ich glaube nicht. Und das ist jetzt halt die Feind jetzt wirklich nur in die eine Richtung. Das heißt, man kann sagen, hier, komm, ich mach das genau noch andersherum. Muss man aber nicht unbedingt. Also zumindest, was ich so festgestellt habe. Wobei ich die Buslinien bisher echt wenig benutzt habe. Das war eigentlich noch alles kein Problem. Machen wir da noch eine hin. Lass mich ja auch mal hier durchs Wohngebiet führen. So halbwegs. Und ich weiß auch nicht, wie das genau ist mit Buslinienverklumpung, wenn man das so will. Von wegen, dass die alle dann an der gleichen Stelle passieren. Da habe ich jetzt nochmal auf die vorhandene Buslinie einfach mal draufgeklickt. Ich denke mal, da wird sich einfach dann die Bushaltestelle geteilt. Was auch sinnvoll wäre, wenn die Leute da umsteigen wollten. Meine ich. So in meiner Theorie. Also ich kenne Bushaltestellen, da kann man tatsächlich umsteigen. Das ist total abgefahren. So, da auch nochmal eine. Und dann schließen wir es wieder ab. Das ist eine zweite Linie. Die kann man farblich, glaube ich, nicht voneinander abtrennen. Man kann nur sehen, welche aktiv und welche inaktiv ist. Man kann halt hier die verschiedenen Farben haben. Oder man hat die verschiedenen Farben für die verschiedenen Verkehrsmittel. Deswegen, sobald man eine größere Stadt hat, die wirklich groß ist, dann nachträglich noch Buslinien reinzimmern. Finde ich persönlich ziemlich schwierig. Zumindest habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Deswegen, eigentlich sollte man da recht früh hier dann mit anfangen und so ein bisschen gucken, was man so macht. Finde ich. So, da kann ruhig auch noch einer hin. Da auch noch, meinetwegen. Machen wir es da hin. Machen wir hier mal eine große. Da kommt dann halt so ziemlich alles hin. So. Dahin. Und dahin. So, ein paar Buslinien sind es jetzt. Leider führt noch keine da hinten hin. Das ist schlecht. Hm. Dann führt die jetzt mal von hier. Ich hätte gerne eine neue. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob man die von hier aus anfangen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Fangen wir mal. Okay, man kann die auch verlegen. Also man kann die halten. Kann die dann verlegen. Das ist natürlich auch cool. Was man hier sagt. Ich verschiebe den ganzen Krams mal. Vielleicht können wir damit dann gucken, dass das hier alles zusammen fließt. Da einmal rüber. Dann nochmal hier oben hin. Können wir sagen. Hier, komm. Da musst du unbedingt eine Haltestelle irgendwo hin. Muss es eigentlich nicht. Da hin. Fährt man halt mal außen rum. So. Dann nochmal hin und wieder zurück hier. Kann man hier direkt eine reinlegen? Linie zum Hinzufügen an der Haltestelle erziehen. Okay. Okay. Auch bei vorhandenen Sachen kann man direkt das da reingreifen. Das ist cool. Das ist wirklich gut gemacht. Ich denke mal, das reicht. Das Schöne ist, dass die Buslinien halt tatsächlich oder die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich den Verkehr entlasten. Und nicht dann solche komischen Konstruktionen, wie hier notwendig sind. Das ist ganz nett. Weiteres Wohngebiet wäre dann auch nochmal eine Sache. Ich würde das ein bisschen... Ich würde erstmal nach hier oben erweitern wollen, weil es ein bisschen hübscher wird. Weil wir dann hier eine bessere Autobahnanbindung kriegen können. Und das heißt, dass ich... Ja, eigentlich diese Straße hier noch weiter fortführe. Ja. Ich plane jetzt schon relativ groß die ganze Zeit. Das ist sinnvoll, aber auch eigentlich nicht meine Art. Wahrscheinlich dadurch, dass ich halt jetzt schon wirklich ein bisschen gespielt habe, habe ich jetzt den Eindruck, das etwas besser machen zu wollen. Kann man hier sogar sagen, hier kommen. Das darf da mal rüber gehen. Machen wir es mal so. Kann man hier dann theoretisch auch nochmal so rumbiegen. Muss man aber natürlich nicht. Das kann man frei halten, wie man will. Man kann auch alles gerade bauen. Und einfach gucken, wie ihm das gefällt. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Schnibbelidip. Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder bei City Skylines. Wenn wir hier gucken. 4.144 Einwohner nach drei Folgen ist schon okay, denke ich mal. Und wir haben ordentlich massiv viel Nachfrage. Deswegen, das wird hier noch ein bisschen wachsen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu. 2. 3.